Er erinnert an Elton John der 70er. Hier im edlen Pianogeschäft spielt er gern und gehört schon zum Inventar. Die Plateauschuhe sind sein Markenzeichen. Er ist promovierter Komponist und liebt den Racktime. 1890 bis 1920, das ist meine Zeit, auch wenn ich nicht danach aussehe. Ich bin ein altmodischer Racktime-Jazz-Typ. Das ist meine Lieblingsmusik. Mark flaniert über die Fifth Avenue. Die Meine wird zu seiner Bühne. Hier draußen findet er neue Inspirationen. Die Leute sind meistens nett zu mir und ich auch zu ihnen. Ich muss herumlaufen. Die Stadt gibt mir Energie. Das ist genauso wichtig wie Essen und Trinken. In seinem Apartment in Midtown. Mark gibt gerade Unterricht. Sein Schüler, ein Sudan-Experte der UN, lernt Jazz-Piano und kann sich keinen besseren Lehrer vorstellen. Für mich ist Mark überhaupt nicht zufrieden. Ich mag gerade seine Art zu unterrichten. Er ist völlig unorthodox. Aber seine Methoden bringen mich weiter und machen absolut Sinn. Mark ist 58. Früher trat er an New Yorker Theatern auf mit einem eigenen Racktime-Programm. Den Gershwin auf Drogen nannte ihn einmal ein begeisterter Kritiker. Ich arbeite nur mit guten Schülern. Wenn wir spielen, dann steuert der Schüler und ich bin der Co-Pilot. Irgendwann liegen wir dann ab. 40 Häuserblöcke am Tag, dann fliegen die Finger nur so über die Tasten. Das hat Marks großes Vorbild Wladimir Horowitz einmal gesagt. Auf dessen Spuren wandelt Mark durch Manhattan, 20 Zentimeter über dem Boden und immer auf der Suche nach Inspiration.